Vor drei Wochen haben Sie das Ergebnis doch relativ knapp gesetzt. Ist es deutlicher gesehen? Was können Sie dazu sagen? Ich habe bis jetzt die Zahlen noch einmal knapp gesagt. Mir fehlen im Moment noch die Worte dazu. Ich freue mich einfach, dass es jetzt so rausgekommen ist. Jetzt packen wir es gemeinsam an. Sie treten das Amt des Bürgermeisters am 1. Mai an. Was wollen Sie zuerst in Angriff nehmen? Heute wird aber gefeiert und den Rest schauen wir morgen an. Es ist ein Schritt am anderen.